Liebe Mutter, ich habe immer wieder das Problem, dass ich mit meiner Wut nicht umgehen kann. Entweder bleibe ich in der Wut stecken, in meinem Verletztsein... Was ist das, Wut? Wut. Ja, ist okay. Depends, aber wie sagt man, das kommt, was wir machen. Manchmal kommt raus, ist okay. Das kommt oft vor, ist nichts gut, aber manchmal kommt dieser Wut. Aber wie kann ich damit umgehen? Entweder ich explodiere oder ich trage es wochenlang mit mir? Ja, das kommt, da kann es nichts viel machen. Das ist so. Und wir händeln in Kontakt? Nein, das kommt und kommt, da kann es nichts viel machen. Einfach? Ja. Man ist böse, das kommt. Ein paar Tage, manche Leute dauern ein paar Stunden, manche Leute dauern wochenlang. Das ist so. Da kannst du nichts viel machen. Im Alltag oder im Leben auf die Hinweise der Seele zu hören, gibt es da überhaupt Hinweise, die einem sagen, geh mir in diese Richtung, geh mir in diese Richtung, mach dies, mach jenes? Nein, manchmal, wir machen unsere, wir gehen heute da hin oder hier hin oder so, aber es gibt nichts, du musst so machen, so machen, einfach. Machen. Machen. Meine Seele hat gesagt, das machen, dies machen, sowas gibt nichts. Weil das machen fällt mir schwer, teilweise. Das sind viele Ängste und Sorgen, die sich irgendwoher angesammelt haben aus der Vergangenheit. Und ich frage mich, was kann ich tun, dass es mir leichter fällt, im Prinzip doch wieder ins Handeln zu kommen? Einfach loslassen, Angst. Okay, das ist schwierig. Ja, aber du lernst nichts. Hast du da irgendeinen Tipp oder einen? Ja, einfach bieten und Angst loslassen und weitergehen. Okay. Durch die Angst gehen im Prinzip und das einfach? Ne, brauchst du nichts durch die Angst gehen, einfach ignorieren. Ignorieren. Ignorieren die Angst. Ja, dann ist ja einfach. Ja, mit Angst kannst du nichts lieben, das geht nichts. Richtig. Und mir kommt es auch so vor, dass die Angst mich im Prinzip dazu antreibt, also ich möchte diese Angst loswerden. Und die treibt mich an im Prinzip dann auch zu dir zu kommen oder auch bestimmte Sachen zu machen, wo ich glaube, dass ich die Angst loswerden kann. Ja, ja, einfach mal ein paar Sachen mache, kommt erst mal die Angst, dann nichts vor und die Angst einfach machen. Und ich habe jetzt auch die Bedenken, dass wenn ich die Angst nicht mehr habe. Ja, dann ist frei alles. Aber dann frage ich mich, ob ich dann noch zu dir kommen würde. Weil ich ja keinen Antrieb mehr habe, ich habe die Angst losgeworden. Ja, kannst du mit Angst kommen, kannst du ohne Angst kommen. Und wenn die Angst ist weg, dann wieder kommen. Wie Kinder machen. Okay, danke schön. Ich bin interessiert, dass wir uns Fragen stellen. Manchmal, wenn ich in deiner Presence, fühle ich, dass ich in der Sonne bat. Ja. Ja. Schön. Und es bringt viel Freude. Und ich fühle mich auch meinen eigenen Sonnen. Also, ich würde wirklich gerne leben mehr von meinem Sonnen in der heutigen Leben. Ich weiß nicht, ob mein Geist interpretiert den Sonnen mit dem Potenzial des Heiligen. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn jeder Person eine andere Beziehung hat, was man fühlt, das ist okay. Ja. Man fühlt sich mit dem Mond. Man fühlt sich mit dem Sonnen. Man fühlt sich mit dem Sonnen. Man fühlt sich mit dem Sonnen. Man fühlt sich mit dem Glück und dem Sonnen. Man fühlt sich mit dem Sonnen und ist okay. No, I mean, sometimes it comes with a nice feeling within ourselves and sometimes it won't come, but anyhow you should go through it. But then you aim for the nice feeling or you just allow it? No, nice or good or bad, you should take it whatever it comes. I mean, sometimes we can say no, but mostly better to accept what it is and go through and offer it to divine. Okay, thank you very much. I would like to ask you to help me again for my two sons. No, that's okay. Manchmal kommt man an misunderstanding, some problems. That is normal. You should not be... Du musst nicht so traurig sein. Einfach durchhalten, bieten, weitergehen. Ich muss mir auch keine Sorgen machen? Oder bei der Wende? Nein, Sorgen bringst nichts. Okay. Einfach was du kannst machen und bieten und dann loslassen. Okay. Danke. Ich bin Maler, mache Bilder und zur Zeit ist ein Problem für mich im Raum, dass es für mich schwierig ist, wenn meine Arbeit abgelehnt wird, wenn man sich wo bewirbt und dann spürt man entweder man passt nicht in dieses Feld, wo andere ihre Bilder zeigen oder man passt überhaupt nicht in die Zeit hinein. Manchmal habe ich das Gefühl, ich passe gar nicht mehr in die Zeit hinein. Und jetzt ist mir aber bewusst geworden, dass das Problem auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass mein Vater sich nie interessiert hat für meine eigene Arbeit über die ganzen Jahre hinweg und dass das abgelehnt werden wohl ein kleines bisschen tiefer sitzt bei mir, dass man verletzt ist, wenn man abgelehnt wird. Normalerweise ist das eigentlich kein Problem, weil man wird immer mal gemocht oder nicht gemocht und da ist es halt dann sehr schmerzhaft. Und dann denkt man, ja, soll ich überhaupt noch weitermachen oder höre ich lieber auf? Nein, weitermachen. Aber jeder Beruf ist so, manchmal die Leute akzeptieren, manchmal nein, das ist so. Man muss akzeptieren und weitergehen. Aber wie wird man das los, diesen Schmerz? Ja, dass Schmerz kommt und geht. Das ist nicht immer. Einfach. Einfach abwarten und beten. Was muss ich Gutes getan haben in der Vergangenheit, dass ich jetzt hier so sitzen darf und bei dir sein kann und in deiner Nähe bin. Ich habe immer wieder Sorge, dass ich in diesem Leben nicht gut genug bin, dass ich wieder hier sein darf. Nein, jeder ist gut genug zu der Aufgabe machen. Manchmal denkt man, ich bin nichts gut genug, das ist einfach nichts gute Idee. Das ist keine gute Idee zu denken. Ich habe nichts, wie sagt man, meine Arbeit nichts gut gemacht, nichts perfekt gemacht. Das ist mir alles egal. Ich will nur bei dir sein. Ja, um, I wanted to ask for your help about my physical body and my health. Um, um, for more than one year I am feeling more and more weak. Um, um, now maybe for one month a bit worried about my health and my body. Um, um, and I for a long time was focusing on rising my consciousness and my body was becoming heavier and heavier and heavier. So instead of feeling better and more lightful, I am feeling very, um, I am feeling very, um, weak and very painful in my whole body. I mean, that is only your feeling or, uh, did you went to the doctor to check up? Or, I mean, they find something or they don't find anything? Yeah. They don't find anything except, uh, Erschöpfungs. Cemetery. Yeah, but that is okay then. Don't, don't think about it and try to be active and then it is okay. And, uh, how to say, don't go to, to bring out your soul out and you want to reach something. Don't do like this. Live normal and accept what it comes and pray for it is okay. 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 So viel Sadhana mach und so friedlich bin, diese täglichen Herausforderungen nicht meistern kann. Was mein Ziel? Dass wenn man zu wenig denkt, das Leben nicht richtig anpacken kann. Da hab ich manchmal Angst. Nee. Das kommt, jeden Tag ist anders. Du brauchst nichts. Was kommt morgen? Also, da sollst du denken, lohnt es nichts. Bringt es nichts. Bringt nichts? Nee. Okay, dann frage ich dich nochmal, hilfst du mir bitte? Ja, ja. Ich hab das letzte Mal schon gefragt. Ich bin leider wieder hier, aber danke. Liebe Mutter Mira, ich weiß oft nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ich eine Bitte an dich gerichtet habe oder ein Problem gelöst bekommen muss. Und ich habe das dir dargebracht und ist es dann meine Aufgabe zu warten oder soll ich in Aktion treten? Nein. Ich weiß das oft nicht. Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Und wenn sie ein Problem hat, dann gibt sie dir die Dinge oder die Dinge. Ja. Und dann fragt sie sich, ob sie warten sollte, bis es gelöst wird. Nein, nein. Manchmal, wenn du bittest und kommst und manchmal dauert, da brauchst du nichts zu warten oder da brauchst du nichts zu machen. Einfach bieten und dann die Wünsche da lassen und dann einfach loslassen. 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 Nein, nein, nein. Weil wir alle dazu, etwas tun zu wollen. Nein, nein, nein. Einfach. Du musst sagen, warten. Sagen und warten und beten. Das war's. Gut. Vielen Dank. Wenn wir jetzt wirklich sterben, dann ist es ja sehr wichtig, in welchem Zustand wir sind oder welcher Gedanke da ist. Und wie ist es jetzt, wenn man eine Organspende macht? Spielt das eine Rolle? Manchmal sind diese Leute, wie sagt man, die sind in Koma. Ja. Und die können nicht selber entscheiden, was sie machen. Ja. Das muss die Familie entscheiden oder der Arzt muss entscheiden. Okay. Und das ist, man kann nicht sagen, machen so oder so. Und die Seele ist schon weg. Okay. Nur manchmal ist das Body da, aber die Seele ist schon los. Dann ist das gleich. Ja. Okay. Danke. Dann habe ich eine Frage. Du hattest mal gesagt, dass es sehr wichtig wäre, welchen Gedanken wir als Letztes haben, wenn wir sterben. Ja. Bevor wir rüber gehen. Und mich beschäftigt... Das Moment, was du denkst. Es kann ja sein, dass wir krank sind oder so. Sind wir dann trotzdem klar zu diesem Zeitpunkt? Ja. Ja. Und noch mal eine Frage zu dem letzten Gedanken. Kann man den beeinflussen, den letzten Gedanken? Also kann ich mir beispielsweise jetzt vornehmen, ich möchte gerne das und das denken und dann denke ich das irgendwann auch? Oder ist das ein Gedanke, der kommt in dem Moment? Nee, das kommt in dem Moment. Du kannst nichts danken von morgen oder heute. Diese Sorge von manchen über den letzten Gedanken, den kann ich nicht so recht nachvollziehen. Ich gehe für mich immer davon aus, dass wenn ich sterbe, dass du an der Tür stehst und mich abholst. Kann ich mich da drauf verlassen. Ja. Wenn du Zeit hast nur für dich selbst und nicht alle von uns helfen kannst, was möchtest du tun? Ich habe nicht viel Freitag. In Freitag bin ich hier hier. Is it joyful cleaning? Yes, yes. To bring things in the other.